Und willkommen bei einem kurzen Ankündigungsvideo wieder von mir. Ja, morgen, den 17.01.2015, ab 18 Uhr circa, gibt es wieder einen Livestream. Und ja, ich werde wahrscheinlich eh früher anfangen, so wie ich mich kenne, nicht erst um 18 Uhr. Es gibt auch heute am Abend einen, nur ich mag halt für morgen mal ein Ankündigungsvideo machen, dass die Leute, die mich noch nicht aufs Hipbox folgen und so weiter, auch es mitbekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Natürlich wird wieder gestreamt, was gewünscht wird. Natürlich auch ein bisschen LS, ein bisschen was anderes. Ein bisschen H1Z1 vielleicht sogar. Und ja, mal schauen, was wir sonst noch so wollen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis morgen dann, beziehungsweise vielleicht auch heute, wenn ihr da seid. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Vielen Dank.